Gute Tiere. Schlechte Tiere. Ein Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho zusammen mit dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V. Willkommen zur neuen Folge von Gute Tiere. Schlechte Tiere. Wir haben heute drei Gästinnen. Ich begrüße im Studio Lena, Charlotte und Tabea. Hallo. Lena, fangen wir mal mit dir an. Du bist die Lehrerin der beiden und ihr hattet ein Projekt, weswegen ihr heute hier seid. Im Juli macht das Kronenberg-Gymnasium von Aschaffenburg immer ein Projekt und wir haben uns gedacht, wir nennen das Projekt KGA-Ghost-Tierschutz und waren dann vier Tage im Rahmen dieses Projekts im Tierheim unterwegs und haben angepackt, wo es notwendig war und einige Sachen erlebt und erledigt und es war total schön. Ihr habt euch also dann quasi Freiwillige gesucht. Also ich nehme mal an, da kann man sich für verschiedene Projekte melden, oder? Ich kenne das ja noch aus meiner Schulzeit. Und dann waren, wie viele Leute waren dabei? Wir waren 19 Schüler, zwei Lehrkräfte und es durften tatsächlich einfach die Menschen, die Lust hatten, sich anmelden dafür und es gab, jeder durfte zwei Vorschläge machen für Projekte, die er gerne besuchen wollte und es wurde von der Organisation dann zugewiesen, wer wohin durfte. Und wir hatten einen größeren Zulauf für unser Projekt, als ich dann Schüler mitnehmen konnte, weil mit 40 Leuten wäre es auf dem Tierheimgelände dann für Menschen doch ein bisschen auch eng geworden. Und deswegen waren wir dann insgesamt zu 21 und es waren wirklich eine schöne vier Tage. Mit 21 Leuten beim Tierheim? Zwei Lehrer, 19 Schüler, 21 insgesamt. Wo habt ihr die da untergebracht? Also ich kenne das Gelände ja. Gut, es ist weitläufig, aber kriegt man 21 Leute beschäftigt? Wenn wir den Bauch reinziehen, haben wir gar nicht so viel Platz gebraucht. Und wir haben uns hauptsächlich außen aufgehalten beim Offenstall, weil wir auch Dinge gebaut haben und da schon auch Luft wollten, dass wir die Sägespäne, die wir dann irgendwie produziert haben, nicht irgendwie noch im Raum verteilen. War man hauptsächlich draußen, es hat auch mal geregnet, war dann weniger angenehm, aber da gab es zum Glück ein wunderschönes Dach und da haben wir uns eigentlich dann ganz gut zurechtgefunden. Okay, so dann zu euch zwei. Tabea, was waren so die Aufgaben, die du in den vier Tagen gemacht hast? Ne, vier Tage waren es? Ja, vier Tage. Also zuerst haben wir mal das Sommerfest vorbereitet und auch den Tag der offenen Tür mit Spielen vorbereitet und Aktionen für die Kinder gemacht. Und dann waren wir auch noch öfters mal bei den Kaninchen und haben eine Führung bekommen durch den Katzenturm über das Außengelände und so. Und dann waren wir auch noch mit Hunden am letzten Tag spazieren und haben auch sehr viel über die Haltung und das Tier haben insgesamt mehr gelernt. Okay, was lernt man so bei Hundehaltung, wie man mit dem Hund Gassi geht? Ja, aber natürlich auch, wie man richtig mit dem Hund umgeht, aber auch so Sachen, wie Hunde einfach denken können, wieso Hunde auch Maulkörbe tragen, weil das ist ja immer so, man denkt so, oh nein, der ist ganz gefährlich. Aber das stimmt ja nicht immer. Und ja, da haben uns die Halterinnen und Gassigeherinnen viel erzählt. Okay, und du hattest dich dann gleich dafür entschieden, das Projekt zu machen? Ja, also ich fand, ja, Tiere sind einfach toll und ich hatte Lust, irgendwas zu lernen über Tiere und das war genau das. Was war bei dir, Charlotte, da der Beweggrund, dich dem Projekt anzuschließen? Also eigentlich war ich gar nicht dabei. Wurdest eingetragen, oder? Nee, also ich war bei einem anderen Projekt, weil ich hatte mit meinen zwei anderen Freundinnen mich eingetragen, aber so, was die Tabea erzählt, hört sich eigentlich ganz interessant an. Ja, und was hast du dann gemacht, die vier Tage? Wir waren bei so einem, wir haben so mit unserer Lehrerin darüber geredet, wie so Frauen in der Männerwelt zurechtkommen sollten und so. Okay. Ja. Also gar nicht beim Tierheimprojekt dann jetzt? Okay, das heißt, du warst beim Gender- oder sonstwas-Projekt. Gut, wir müssen die Gelegenheit natürlich mal nutzen. Wir haben selten junge Menschen da. Wir hatten jetzt gerade fünf Folgen mit Politikern, die sind, ohne es persönlich zu meinen, meistens etwas älter. Wir hatten das Thema Tierschutz da sehr häufig und jetzt haben wir natürlich die Gelegenheit, wo schon mal junge Menschen da sind, auch mal zu fragen, wie nehmt ihr das so wahr generell? Also ist das für euch irgendwie wichtig, gerade zum Beispiel auch im Hinblick auf Ernährung und so weiter? Das war ja was, was wir immer wieder hatten, dass wir diesen Schlachthof-Skandal hatten und dann halt gesagt, da haben halt viele Politiker gesagt, naja, wir wollen den Menschen nicht vorschreiben, was sie essen sollen. Soll jeder selber machen. Und wir haben aber festgestellt, gerade jüngere Menschen haben dafür eigentlich schon ein Bewusstsein. Also ich persönlich finde, wir sollten nicht so mit den Tieren umgehen, wie wir es machen, weil es ist einfach sehr respektlos denen gegenüber, weil jedes Tier verdient zu leben, genauso wie wir. Und nur weil wir mehr mit unserem Leben zustande bringen können, gibt es uns nicht das Recht, einfach Tiere umzubringen. Also ich finde auch, man sollte halt mit Tieren immer mit Respekt und auch, wenn man sie isst, gegenüber treten. Aber ich finde auch, jeder sollte essen dürfen, was er will. Und wenn man zum Beispiel Fleisch isst, kann man ja auch darauf achten, woher es kommt und wie die Tiere halten wollen und so. Und wenn man darauf achtet, denke ich, ist es auch ganz gut. Findet ihr, dass das in der Politik entsprechend aufgegriffen wird oder ist da irgendwie was anderes wichtig? Also ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so viel mit Politik, da habe ich mich noch nicht so viel beschäftigt. Aber ich würde sagen, sie probieren halt alle Themen möglichst immer ein bisschen mit reinzubringen. Aber ja, man könnte auf jeden Fall noch mehr für Tierschutz tun und ja, das hätte auf jeden Fall noch eine größere Reichweite verdient. Hat man davon auch ein bisschen was für ein Tierheim gemerkt? Weil die sind ja teilweise schon sehr arg am Limit, jetzt gerade mit Katzen und mit abgegebenen Hasen und Hunden. Sind die Leute dort im Stress manchmal? Also uns gegenüber, also ich fand, alle waren sehr entspannt und waren alle freundlich. Aber man hat, also es wurde auch immer wieder erzählt, dass ja zum Beispiel der Katzenturm ist komplett voll. Manche Anlagen können auch gar nicht mehr benutzt werden, weil die halt schon zu alt sind und renoviert werden können die auch noch nicht. Ja, also man hat es auch schon gemerkt, dass es halt immer mehr ausgesetzte Tiere gibt und auch geben wird in Zukunft. Ja, also es war schon auch ein bisschen spürbar. Wie, was macht das so mit einem, wenn man das dann so eine Woche mitkriegt? Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich auch mal mitbekommen, wie Tiere abgegeben werden oder wie da irgendwie ein Transport kommt mit Tieren oder sonst was. Ne, tatsächlich haben wir das gar nicht erlebt. Also als wir da waren, wurden die Feste vorbereitet und ja, sonst halt um die Tiere gekümmert allgemein. Aber ich glaube, da war jetzt nicht so viel Tiere, die abgeholt wurden oder hingebracht wurden. Also das war sehr eingeschränkt. Kommen wir nochmal zu diesem Ernährungsthema. Die FDP hatte das ja, glaube ich, vorgeschlagen, dass es ein eigenes Schulfach geben soll in dem Bereich. Also dass man quasi die Kompetenz von jungen Leuten wie euch stärkt. Würdet ihr da sowas befürworten, also dass es beispielsweise einmal die Woche oder zweimal die Woche ein, zwei Stunden Ernährung auf dem Stundenplan gibt? Oder ist das überhaupt Thema jetzt schon in der Schule? Ja, also das ist ja bei den Realschulen ist das so und beim Gymnasium halt nicht. Und ich finde, das wäre eigentlich recht wichtig, weil wir brauchen das ja, also das ist ja wirklich was, was wir im Leben auch nutzen könnten. Und jetzt nicht so wie Mathe-Rechnungen, die vielleicht niemand mehr braucht. Und damit würde man sich ja auch selbst in seinem Körper eigentlich was Gutes tun, wenn man sich gut ernährt und auch auf seine anderen, also auf die anderen Lebewesen mitachtet und so. Und das wäre eigentlich recht wichtig. Das Thema kommt aber gar nicht vor. Vielleicht irgendwie in Biologie oder? Also in Biologie war es in der fünften Klasse, glaube ich mal. Und da war aber bei uns ja die Corona-Zeit und dann war das bei uns nicht so großes Thema. Ja. Aber ja, die fünften Klassen müssen das jetzt wieder eigentlich haben so. Und was lernen die da, Lena? Also in der fünften Klasse schauen wir uns schon mal die Ernährungspyramide an und gucken uns an, wovon wir ganz viel essen sollten und wovon eher weniger. Ah ja, da sind dann die gelben und grünen Sachen ganz oben. Genau. Und vor allem ganz viel trinken ist immer wichtig. Dann geht es in der fünften Klasse auch noch ums Ökosystem Grünland, wo es schon so ein bisschen um Landwirtschaft geht und eben um Flächenbewirtschaftungen, aber eben nicht wirklich um Tierhaltung. Ja. Da geht es dann in der sechsten Klasse ein bisschen drum, wenn es um Haus- und Nutztiere geht. Da haben wir dann noch das Thema in der Biologie Ökosystem Gewässer, wo es vielleicht auch noch ein bisschen um die Fischhaltung mitgehen kann. Und in der zehnten Klasse in Biologie geht es dann nochmal ganz intensiv um Ernährung, auch welche Bausteine wir da haben. Und dass wir eben auch einen ökologischen Fußabdruck mit unserer Ernährung auch hinterlassen, das kommt dann in der zehnten. Da die zwei jetzt aber erst frisch in die neunte geschlüpft sind, haben sie dieses Thema jetzt dieses Jahr so nicht. Ja, gut, gerade beim Thema Ernährung, aber sowas wie Tierhaltung, das kommt gar nicht dran. Also dass man beispielsweise sagt, wir bringen den Leuten auch bei, das, was ihr da im Supermarkt kauft, hat einen ganz schön langen Weg hinter sich, hat davor vielleicht nicht besonders gut gelebt, ist auch vielleicht nicht gesund, weil es voller Antibiotika ist. Also ich will jetzt hier keine Werbung gegen Fleisch machen, auch ich bin der Meinung, es darf jeder was essen, was er will, aber man muss sich dessen halt bewusst sein. Aber das Thema steht so gar nicht auf dem Lehrplan in irgendeiner Form. Tierhaltung schon in der Biologie und zwar Haustierhaltung, was ist gut für mein Kaninchen, was muss ich da für Rahmenbedingungen beachten, kann man dann in der Biologie durchnehmen oder nicht, steht aber in der sechsten Klasse mit drauf. Und was aber mit dem Fleisch passiert, bevor es bei uns dann auf dem Teller landet, ist kein rein biologisches Thema, aber dazu kann die Tabea noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, also wir haben das in der fünften Klasse auch durchgenommen gehabt, zwar ein bisschen eingeschränkter wegen Corona, aber wir hatten auch zum Beispiel, wie es Schweinen in der Massentierhaltung geht und Stallhaltung und dass die halt auch mit diesen ganzen Medikamenten vollgepumpt werden. Einfach nur, dass es dann besseren Ertrag quasi gibt und dass es eigentlich komplett unmenschlich ist, sowas zu machen und auch zu essen, eigentlich ja auch ungesund ist. Redet man dann mit seinen Eltern da manchmal auch drüber, weil ich nehme mal an, die bestimmen bei euch, was auf dem Tisch steht und... Ja, also bei uns ist es jetzt so, dass wir, wenn wir Fleisch essen, kommt es also eher aus besseren Haltungen oder das steht ja jetzt auch überall drauf, welche Haltungsklasse das ist und sonst, ja, kann man auch halt Käse und sowas essen, das ist schon komplett klar. Ja, also bei mir, meine Familie ist vegetarisch. Hätte ich mir fast gedacht schon von deinen Antworten bislang. Ja, also bei uns, also bei meiner Tante, wenn ich bei meiner Tante bin, dann esse ich da schon Fleisch, weil dann gibt es halt meistens nichts anderes, aber jetzt bei meiner Mutter so, kriegen wir halt eigentlich kein Fleisch, weil sie ist vegetarisch und dann, ja. Wie ist das in der Schulkantine bei euch? Natürlich. Also es gibt, glaube ich, vegetarisch und man könnte ja auch die Sachen, also meistens ist es ja auch groß so und dann könnte man es ja auch einfach wegmachen oder so weglassen dann, aber es gibt auch vegetarisch. Also wirklich speziell drauf zugerichtet dann oder? Also es gibt jeden Tag zwei warme Gerichte, es ist jeden Tag ein vegetarisches dabei und ich glaube, wir haben sogar einen kompletten Veggie Day und da darf sich dann jeder vorher meist mit Vorbestellung eben raussuchen, was er gerne möchte. Wenn man so ist wie ich als Lehrerin und immer gar nicht weiß, dass man am nächsten Tag sein Mittagessen zu Hause vergessen hat, dann geht man da einfach spontan hin und fragt, was es noch gibt. Und man bekommt normal immer von beiden sind noch Portionen vorrätig, die man sich dann eben mitnehmen kann. Ihr habt einen kompletten Veggie Day. Wie ist das bei den Eltern auf Reaktion gestoßen? Weil ich habe letzte Woche gelesen, in Freiburg gab es eine Schule, da hatten die das geplant und dann sind die Sturm gelaufen und dann musste sich die Ortspolitik noch einschalten, bis es wieder Fleisch gab auf dem Beiseplan. Ja, sehr durchwachsen, weil man hat ja trotzdem immer einen gewissen Fixpreis. Ich glaube, das sind 4,50 Euro oder so pro Gericht und dann sind die Gerichte schon immer sehr unterschiedlich und da sagen dann Eltern auch, ja, warum habe ich jetzt bei einem Fleischgericht genau den gleichen Betrag wie bei einem vegetarischen und warum muss ich dann einen kompletten Veggie Day haben und mein Kind hat an dem einen Tag dann keine Auswahlmöglichkeit. Also einige Eltern sind da nicht so ganz begeistert. Generell haben wir uns als Schule aber dafür entschieden, weil wir finden, dass es dem Zeitgeist entspricht und kommen so momentan auch ganz gut zurecht. Also es wird angenommen? Schmeckt eigentlich auch nicht schlechter wahrscheinlich, oder? Also ich meine, wenn man es kreativ macht, wenn man jetzt nicht sagt, hier Nudeln mit Soße oder irgendwie sowas, dann ist es ja eigentlich... Kann ganz gut sein, die meisten Caterer oder eben auch Versorger sind aber meistens halt schon immer noch in der Fleischküche eher behaftet und dann muss das Vegetarische noch weiter hochkommen. Ich habe aber mit dem Vegetarischen bei uns am Kronberg-Gymnasium sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja. So, zurück zum Thema Tierschutz. Die Woche nach dem Tierheim jetzt bei euch. Hat die so in der Hinsicht was bewegt, dass ihr sagt, ihr könntet euch künftig vorstellen, viele Leute machen ja dann einen Freiwilligendienst im Tierheim oder ein Frei... Wie heißt das jetzt? Das heißt nicht mehr Freiwilliges Soziales Jahr, das heißt Bufdi, glaube ich. Denn Bufdi im Tierheim. Hat sich das danach für euch irgendwie so ein bisschen intensiviert? Ist das jetzt stärker, dass ihr sagen würdet, okay, ihr würdet da vielleicht eher mal irgendwie vielleicht auch in Sommerferien jobben oder... Ja, also bei mir auf jeden Fall. Ich fand, die Arbeit war halt auch so, es gab so ganz viele verschiedene Sachen und es war so vielseitig alles. Und ja, also für mich wird das auf jeden Fall in Frage kommen, weil warum nicht? Ausprobieren kann man ja alles und wenn es dann nichts ist, was man dann sein ganzes Leben machen will, dann ist es ja auch okay. Okay, aber nochmal länger das ausprobieren würde ich machen. Also bei mir, ich habe in den Ferien tatsächlich im Tierheim ausgeholfen, zwar nicht in Aschaffenburg, aber ja, das hat... Also klar, es ist anstrengend und so, aber das ist es ja eigentlich bei jedem Job, sag ich mal. Ja, und wenn man dann was Anstrengendes macht, was wirklich was bringt und auch anderen, ist es, glaube ich, besser, als wenn man jetzt was Anstrengendes macht, was jetzt nicht so jeden etwas spielt. Fitnessstudio beispielsweise. Ja. Also es ist ja quasi kostenloses Fitnessstudio eigentlich und man hat noch so ein bisschen... Ich habe auch mal ein paar Tage ausgeholfen, auch in einem Tierheim im Odenwald und das war körperlich schon... Also man geht da schon abends heim und ist dann ganz schön kaputt, weil das ist ja doch richtig Arbeit, also... Ja. Man hat dann einiges zu tun. So, jetzt stehen Landtagswahlen an in Bayern und wir haben ja mit den Vertretern der Parteien da sehr viel über ihre Positionen bei Tieren gesprochen und bei Tierschutz und Tierwohl. Was mich interessieren würde, da wir schon mal jüngere Menschen da haben, wo informiert ihr euch heute eigentlich über Politik? Oder ist das in der 9. noch gar kein Thema? Ist es da noch langweilig oder...? Also wir haben nächstes Jahr, glaube ich, Politik und Gesellschaft als Unterrichtsfach. Und da wird es dann auch im Unterricht behandelt und ich glaube, da kommen auch nochmal ganz viele Informationen, wie man so an politische Informationen und so sachlich rankommt. Und wo man auch quasi filtert, das sind leere Versprechungen und das sind Versprechungen, die auch was bewirken können und sowas. Also bei mir ist jetzt Politik noch nicht so wichtig für mich persönlich, weil... Ja, ich schaue mir das natürlich auch immer so an, aber halt eher so als Zuschauer quasi. Okay, aber ihr nutzt wahrscheinlich soziale Medien, in denen das durchaus manchmal ein Thema sein könnte. Ich sage jetzt nicht TikTok, aber seien wir ehrlich. Ja, nein, also auf YouTube zum Beispiel, da kommen jetzt seit zwei Wochen, glaube ich, auch nur noch Werbungen von Politikern. Und ja, aber ich muss sagen, es ist halt so, ich brauche das noch nicht, aber ich denke, nächstes Jahr, wenn man es dann im Unterricht behandelt, wird es dann interessanter, weil man dann auch mehr Verbindungen damit hat. Ja, also wenn man jetzt, man hört ja auch viele Nachrichten und so, aber irgendwie versteht ich das zumindest noch nicht so richtig und ich denke auch, das wird dann nächstes Jahr einfacher, wenn man dann das wirklich als Unterrichtsfach hat und die Lehrer das einem dann nochmal wirklich alles erklären. Aber so im Prinzip, also man bekommt zwar was mit, aber richtig verstehen tut man es eigentlich noch nicht. Würdet ihr euch jetzt als Schülerin vom Lehrplan in Sachen Tiere, Tierschutz und so weiter irgendwie mehr wünschen, also dass das anders behandelt wird, dass die Leute jetzt zum Beispiel die Erfahrung, die ihr im Heim gemacht habt, dass die halt alle eure Mitschüler, Mitschülerinnen ja auch teilen können, beziehungsweise dass die davon halt auch wissen? Ja, auf jeden Fall, weil es ist einfach wichtig, weil manche Leute kriegen einfach nicht richtig mit, was wir eigentlich so mit den ganzen Lebewesen machen. Und die sollten vielleicht, dadurch bekommt man halt ein viel besseres Gespür für auch Tiere und so und merkt so, wie man mit denen umgeht und alles und man bekommt vielleicht auch mehr Mitgefühl und alles und so. Und zum Beispiel, also das Thema so Essen und wie Fleisch eine Rolle spielt und sowas, das könnte ich mir auch noch ein bisschen mehr oder im Unterricht wünschen, weil so jeder kriegt das von zu Hause mit. Und wenn meine Eltern jetzt sagen, keine Ahnung, ja Fleisch ist ganz ungesund oder so, dann ist es für mich, das ändert ja auch an mir was. Und wenn andere Leute sagen, ja also Fleisch ist ganz, ganz wichtig für dich und eigentlich vegetarisch sein ist ganz ungesund und es geht überhaupt nicht und so, dann verändert es die Meinung ja von den Kindern immer. Und wenn man dann quasi im Unterricht das nochmal so von einer neutralen Person bekommt, dann ist es so, dann kann jeder sich seine Meinung dazu selber schaffen. Und das, denke ich, wäre sinnvoll für die Jugend. Hat man da heute ein anderes Bild von Vegetariern als früher? Also als ich jünger war, war das alles noch so ein bisschen verschroben. Man musste dann immer in so ein Reformhaus gehen, so hieß dieser Supermarkt, wo man halt hauptsächlich vegetarische Lebensmittel gekriegt hat und die haben auch ganz komisch gerochen, ehrlich gesagt. Und heute laufe ich durch den Rewe und sehe 500 Meter Veggie-Angebote. Es gibt vegane Weißwürste gerade von einer Firma, stimmt, wir dürfen keine Werbung machen, einer Firma. Also hat sich das Bild so ein bisschen gewandelt, wenn heute jemand sagt, ein Mitschüler zum Beispiel, ich bin Vegetarier oder Veganer, wird der dann noch irgendwie schief angeschaut oder ist das völlig okay? Also es gibt immer mal so ein paar Leute, die da immer noch so komisch drauf reagieren, also auch in der Schule jetzt so. Und auch zum Beispiel, wenn man jetzt zu seiner Oma oder so geht, sagt die auch, das braucht man doch nicht, man braucht die Nährstoffe und alles. Aber in der Schule ist es schon, also nicht häufig oder so, aber es gibt so ein paar Fälle, wo man dann auch gesagt wird, ja, nee, sowas ist eigentlich richtig scheiße und so. Also wirklich, die Leute sagen, wenn du vegetarisch bist, das ist scheiße. Also ich hatte vor kurzem, da ist jemand zu mir gekommen und hat mich halt auch angekreidet und halt auch nicht beleidigt, würde ich es nicht sagen, aber halt so, ja, zwei Worte zusammengesetzt. Die wir hier nicht sagen wollen. Ja, über halt das Vegan-Sein. Okay, und dann? Es interessiert mich eigentlich nicht wirklich, was andere über mich denken, aber es tat schon weh, wenn man als was beleidigt wird, wo man eigentlich davon ausgeht, dass es richtig ist. Also, und man aber nur denkt, dass man, also dass man selbst so die richtige Einstellung hat und die anderen ist davon gar nicht mitbekommen. Wie geht man damit um, Lena, wenn man das als Lehrkraft mitkriegt, dass sich die Leute wegen sowas anmachen? Also, unsere Lehrer damals haben sich bei gar nichts eingemischt, blöde Erfahrung gewesen in der Schule, aber du wirkst mir da etwas. Ja, ich greife da leider schon immer ein bisschen ein, weil ich schon finde, dass jeder seine eigene Meinung gerne bilden darf und dann würde ich aber das auch dann immer gleich in den Diskurs bringen. Also, ich sage dann so, aha, wir haben jetzt also hier zwei unterschiedliche Meinungen. Wie kommst denn du zu deiner Meinung und warum, Charlotte, sagst denn dann du, dass deine Lebensweise denn hier vielleicht die bessere Alternative wäre? Und ich packe mir solche Schüler dann eigentlich immer schön in den Spot, in den Mittelpunkt, in den sie eigentlich wollten und dann sind die aber im Zugzwang. Die müssen sich dann erklären. Vor der Klasse. Ja, also so, die haben es ja dann auch öffentlich gemacht und öffentlich einen anderen Menschen dann halt dann irgendwie, ja, angekreidet. Und dann sage ich, okay, wenn wir schon in der Öffentlichkeit sind, dann machen wir das vielleicht auch nur zu dritt untereinander aus und gehen da gemeinsam ins Gespräch und schauen dann mal, was bei rauskommt. Und ganz häufig stehen hinter so starken Meinungen ja auch ganz viele Unsicherheiten und Verunsicherungen. Leute, die krass in so einer Meinung sind gegen Vegetarier, haben vielleicht dann noch so, sind großelterlich geprägt worden und haben dann auch gehört, Fleisch ist das Allerwichtigste und nur damit wird man groß. Und stark. Oder sind vielleicht selber gerade auf der Suche nach einem neuen Weg für sich und gehen deswegen so hart gegen die Vegetarier vor, weil sie sich vielleicht sogar selber überlegen, ob es nicht dann auch für sie der richtige Weg sein könnte. Sie sich aber vielleicht nicht trauen, gegen so eine große Masse dann irgendwie anzustehen und deswegen sticheln sie halt schön gegen die Charlotte und gucken halt dann vielleicht mal, was sie so für Argumente auch vorbringen kann. Also solche Erfahrungen mache ich, weil in der Schule ganz häufig, das sind ja noch nicht voll ausgebildete Charaktere. Wenn wir ehrlich sind, wer ist denn jemals voll ausgebildet? Und die brauchen ja immer noch Unterstützung in ihrer Weiterentwicklung und solcher Diskurs mit Charlotte und vegetarisch sein ist auf jeden Fall sehr vorteilhaft. Was ich dann aber merke ist, dass wenn wir jetzt auf Klassenfahrt gehen, es immer mehr Menschen sind oder mehr SchülerInnen sind, die dann sich vegetarisch melden. Das war früher weniger, das sind jetzt einige, das waren früher vielleicht ein oder zwei, jetzt sind es pro Klasse schon fünf bis sechs. Das heißt, ich kann bei uns, zumindest am Kronenberg-Gymnasium, schon ein großes Umdenken feststellen. Weil du jetzt gerade gesagt hast, da ist oft ein bisschen Unsicherheit dahinter. Das Gefühl hatte ich ja bei den Gesprächen mit der Politik auch. Man will sich dem Thema nicht so ganz annehmen, man will den Leuten natürlich nichts verbieten. Auf der anderen Seite weiß man aber auch, dass man irgendwie halt vielleicht auch was nicht richtig macht. Und aus dieser Unsicherheit heraus macht man dann halt irgendwie ganz gerne Bashing vom politischen Gegner, weil man dann halt sagt, die wollen uns das und das verbieten und die wollen uns das und das verbieten. Aber das ist interessant, dass es diese Unsicherheit quasi nicht nur bei jungen Menschen gibt, sondern auch doch bis ins höhere Alter oder ins gesetzte Alter. Das finde ich interessant. Ja, also so nehme ich es auf jeden Fall in der Schule wahr. Und wie gesagt, wer ist denn jemals komplett fertig mit der eigentlichen charakterlichen Bildung? Und da werden sicherlich auch Politiker und Politikerinnen dabei sein, die sich auch noch weiterentwickeln können und da eben auch Unsicherheiten mit sich tragen. Wie geht es jetzt weiter? Ihr hattet das Projekt eine Woche lang. Wir hatten vorher vor der Folge gesagt, es war keine AG, weil es gibt bei euch wahrscheinlich wie an jedem Gymnasium auch AGs. Können die Schülerinnen und Schüler einfach gründen? Also können die hingehen und sagen, wir wollen jetzt eine AG machen? Bei uns wurden die immer vorgegeben, also da waren die so von Lehrerseiten. Wir haben eine sehr aktive SMV, die hat sehr viele Ideen und die möchte einige AGs haben. Schulrechtlich ist es allerdings so, dass eine AG, wenn es eine Schul-AG ist, von einem Lehrer geführt werden muss, dass wir dann auch während der Zeit versichert sind. Da können jetzt nicht Schüler sagen, wir treffen uns und da passiert was. Keiner hat es gesehen, hat ja auch keiner eine Aufsichtspflicht, die er da führen kann. Das heißt, da muss immer ein Lehrer begleiten. Es ist aber schon so, dass die Schüler die Initiative übernehmen können, zu sagen, das ist eine AG, die wäre uns wichtig. Dann ist es aber nicht so, dass wir sofort im nächsten Jahr eine Lehrkraft zur Verfügung stellen können, die das dann direkt mitmacht. Und was jetzt beim Tierschutz ist, ich habe das letztes Jahr sehr mitgetragen, weil ich ja selbst auch im Vorstand des Aschaffenburger Tierheims bin, beziehungsweise Tierschutzvereins. Ich bin jetzt aber erst mal ein Jahr aus dem Schuldienst raus. Das heißt, ich kann es selber gerade nicht weiterführen, kann mir aber gut vorstellen, dass meine Kollegin, die Frau Kras, die uns da beim Projekt unterstützt hat, vielleicht wieder das Projekt einfach am Ende des Jahres wieder anbietet. Und es hat einen sehr großen Zulauf. Ich bin mir sicher, das könnte dieses Jahr dann auch wieder gut werden. Oder ihr macht eine AG. Wäre gut. Für dieses Schuljahr haut es nicht mehr hin. Es ist bereits angelaufen. Fürs nächste Schuljahr werde ich auf jeden Fall alle Weichen versuchen zu stellen, dass das möglich wird. Könntet ihr euch das vorstellen, bei so einer AG mitzumachen? Also dann wirklich so über einen Jahreszeitraum? Ich glaube, die gehen ja ein Jahr lang, oder? Ein Schuljahr. Also ja, ich denke schon. Man müsste halt, also bei mir ist jetzt das Problem, dass ich ein bisschen wenig Zeit habe für AGs. Aber ich denke, es lässt sich einrichten. Und auf jeden Fall gibt es im Tierheim so viel zu erleben, dass man ein ganzes Jahr voller, also immer wieder neue Themen entdecken kann und so. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch gut angenommen wird. Und ja, ein Jahr lang heißt ja auch nicht, dass man dann dauerhaft im Tierheim ist, sondern halt so zwischen Schule und Hobbys quasi Ausgleich mit Tieren hat und Leute, die keine Haustiere oder so haben. Denke ich, könnten dann auch einiges lernen und auch für ihren Alltagsstress so ein bisschen was lernen und mit Tieren halt umgehen. Das hilft auch. Jetzt habe ich die wichtigste Frage gar nicht gestellt. Die stellen wir sonst immer am Anfang, ob ihr alle Tiere überhaupt habt. Also ja, ich habe drei Katzen, zwei sind davon auch aus dem Tierheim und der andere ist uns zugelaufen. Einfach so? Ja, also unser einer Kater hat den mitgebracht, aber der ist jetzt leider schon verstorben und der hat den einfach mit reingeschleppt, als er noch ein Baby war. Okay. Ja. Ja, ich habe ein Baby gefangen. Na, wie sieht es aus? Ich habe nur Goldfische im Gartenteich, aber ich war auch kurz davor Kaninchen zu bekommen, aber es hat dann doch nicht gepasst von, ja, mehreren Gründen. Ja, das Gehege ist verführerisch, ne? Dieses Riesending da im Tierheim, wo die da alle drin waren. Ja, aber also es gab schon viele gute Gründe, aber dann die Gegenargumente waren dann doch noch ein bisschen überwiegender. Ich persönlich habe gerade keine Haustiere, weil ich einfach noch ein zu unstetes Leben habe. Meine Familie hat aber fünf Pferde und so einen mini kleinen Bauernhof und da war ich zum Beispiel heute früh jetzt erst noch. Und das sind die Tiere, mit denen ich mich dann gerne umgebe. So, nochmal zum Abschluss eine Frage, die wir während der Wahl jetzt ganz oft hatten. Alex wird sich schon wieder irgendwie bekreuzigen, weil ich sie immer wieder stelle, aber ich finde die einfach super spannend. Wir haben einen Wolf wieder in Bayern, also jede Menge sogar, es sind ein paar da. Und die Politik ist sich eigentlich relativ einig, bis auf eine Partei. Die Grünen waren das, glaube ich, dass man irgendwie was gegen den Wolf tun muss. Das ist allerdings vielleicht ein Problem, das größer gemacht wird, als es eigentlich ist, weil in letzter Zeit, also die letzten Jahre oder seit vielen Jahren eigentlich, gab es keine tödlichen Wolfsattacken mehr in Deutschland. Und auch, es werden Nutztiere gerissen, das ist klar, das Problem ist da. Aber deswegen wollen sehr viele halt ganz schnell zur Flinte greifen. Wie nimmt man das bei jüngeren Menschen wahr? Ist das für euch irgendwie so, das ist total überzogen oder eher so, nö, ist schon richtig, ich fühle mich, wenn ich im Wald laufe, bedroht, dass ein Wolf kommen könnte? Also ich muss sagen, wenn ich durch den Wald laufe, habe ich weniger Angst vor einem Wolf, als vor, keine Ahnung, dass ein Baum auf mich drauf fällt. Weil, also ein Wolf ist auch ein scheues Tier. Und selbst wenn er da jetzt, keine Ahnung, auf einmal vor mir, 10 Meter entfernt auf dem Weg steht, ich bin für den ja kein Futter. Also ich bin ja nicht sein Beute. Und natürlich ist es doof für Schäfer, wenn ein Schaf zum Beispiel gerissen wird. Aber ich denke, da gibt es so viele Einbüßen auch durch andere Gründe. Also keine Ahnung, ob es Parasiten sind oder sonst einfach halt normal sterben. Also das finde ich ein bisschen überzogen. Also ich finde, es ist auch überhaupt nicht okay, dass wir einfach Tiere ausrotten, sage ich mal. Weil wir haben so viele Probleme mit den Bibern zum Beispiel. Und wenn einfach mehr Wölfe da wären, hätten wir auch zum Beispiel das Biberproblem überhaupt nicht mehr. Weil die natürlich auch reißen würden und alles. Und auch wegen dem Schäferproblem, die haben ja, das wird denen ja auch ersetzt. Also natürlich, wenn man jetzt ein Schaf mit der Flasche aufgezogen hat, ist das natürlich ein bisschen doof, wenn das dann stirbt einfach. Aber das wird ja auch ersetzt und so. Und auch die Zäune kann man ja auch mit Elektro-Dings machen. Und es gibt ja auch die Herdenschutzhunde, die Pirinehunde. Und wenn die richtig ausgebildet sind, sollte das auch kein Problem sein, dass sie einen Wolf verjagen. Und da gibt es ja dann auch mehrere pro Herde. Und ich finde das einfach viel zu schlimm gemacht, diese Angst vor dem Wolf. Weil es ist einfach eigentlich unnötig. Also ihr geht alle noch durch den Wald und fürchtet nicht, dass demnächst hinter irgendeiner Ecke Isegrim lauert. Nein, auf keinen Fall. Ich danke euch fürs Kommen. Das war eine sehr unterhaltsame halbe Stunde. Jetzt haben wir sie schon voll. Heute haben wir gelernt, dass Schülerinnen und Schüler vom Kronberg-Gymnasium in Aschaffenburg ein Projekt hatten mit dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V. Nicht Tierheim, wie ich auch immer falsch sage. Und dass das Interesse bei jungen Menschen doch groß ist, größer als es Plätze gab. Und dass vor allen Dingen Fragen wie Ernährung in der Schule einen gewissen Rahmen jetzt schon haben, einen größeren Rahmen haben könnten. Bitte mitschreiben mit hörenden PolitikerInnen. Und in diesem Sinne, bis demnächst. Danke euch fürs Kommen und tschüss. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Gute Tiere, schlechte Tiere. Ein Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho zusammen mit dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V. Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung, Umgebung und Umgebung, Umgebung und Umgebung und Umgebung. Guteagers. Vielen Dank.